so ich lege mich einfach mal ins bett diamanten schon wieder kannst du nicht ins bett legen weil du monstern hier bei hast ne habe ich nicht schade wirklich monstern hierbei vielleicht haben wir dann wieder zwölf stück da weiter die mann sechs sind drin können wir gleich mal eine diamanten rüstung machen der einheiten ein eingelassen eine witch habe ich ja auch gekriegt eben eine witch bitch ach die sind doch ein weil wenn die beim ersten tank geworfen haben dann muss richtig vor darauf angreifen und schieb den bogen ab er war einfach mit feiern bogen drauf geschaffen das soll leben bläm 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 ja schon erst weg dich man schauschen weiß nie wann musst du morgen los an dem morgen ist der sonntag äh, man muss zum Montag los Was? Ich muss morgen arbeiten Haha Opfer Bittich Fühlt sich das nicht blöd an, Sonntaglos? Hm, ist halt so Oh, Kohle LAPIS Kann man das mitnehmen LAPIS LAPIS Kann man sich um den Stein abbauen Steinspiezhacke LALALALALA Man sollte dieses Projekt, was dieses Sparks aufgebaut hat, erstmal wirklich als für ein Pack nutzen Meinst du? Ja Ja Ja, warum nicht? Weiß doch nicht Ich werde eine Challenge wieder und die meisten spielen sowieso irgendwelche Mod Packs oder so Ja, das stimmt schon Das stimmt schon Und Minecraft Classics spielen die, wenn sie spielen, entweder SG oder irgendwelche komischen anderen Spiele Mhm Oder irgendwie Bauprojekte oder sowas, ne? Sonst was anderes machen die ja gar nicht Ja 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 Einfach mal so durchstarten für dich Halt speziert Zack 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 Da ist die Das ist doch nicht ganz dunkel Jetzt habe ich keine Leitern, egal so dass noch ein paar diamanten haben ja schön es wäre schön es wäre schön egal der 14 lohnt sich auch schon wieder gleich paar kohleblöcke herstellen warte mal was war ein kohleblock war glaube ich 80 ja 80 und ein ja wieso bin ich ein arschloch was dann was los leite haben von dir nicht diamanten 15 du bist schlecht doch scheiß jetzt man mit sonn abgekackter die auf jeden fall damit die diamanten noch jetzt so einer ist ja nein machst du nicht doch habe ich jetzt aber was dann geht doch einfach ja doch mr pro mit seinem tss ich war zuerst hier ich höre spinnen das ist schon mal wenn es ist gut du wirst dich schlecht vielleicht ist auch hier irgendwo so ein mein ding hier so eine mine das wäre auch schön hätte ich strings ach nee was will ich mit strings mir einen stringtanker bauen ja was habe ich falsch zentus nimmt sich auch gern stringtanker oder baut gern busse na fick dich warum warum bist du so gemeint zu mir hab ich dir irgendwas getan doch nicht was kann ich dafür wenn du mit freddie bus bauen willst hol ist ein arschloch ne doch ne tisch doch nein doch und es ist schon ein h h h h glatt klub bla 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 ach gehen wir ja umsacksskelett das werde ich mich ärgern was so richtig nein wenn du 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 naivucamlikatsen zambi seo Wir haben jetzt ein Problem mit dem Ohrwurm. Nö. Nein. Level 19. Und ne Kartoffel reinschieben. Schnell, 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 schnell. Die ganzen Zombies, komm! Du willst hier keine Kartoffel reinschieben. Hat der Zombie den einen Zombie geboxt, dann hat der andere Zombie den nach vorne geboxt worden und mich geschlagen. Voll die Sauerei. Nein! Okay, ich geh raus. Das waren doch die Fans, die vorhinne. Was? Was denn? Wo waren die Redstone Fackeln? Es waren zwei Redstone Fackeln, gab's. Ja, das weiß ich ja. Ja, warte ich. Insgesamt drei Stück. Da unten für den Pisten. Hier oben für den Pisten und dann hier oben noch drauf. Hm, warte. Ich versuche zu schlafen. Ich versuche zu schlafen. Obwohl es mir eigentlich gerade nicht gut kommt, dass... Äh... Was? Ja, das habe ich ja auch. Ja, das habe ich ja auch. So, über das Wasserbecken kommt der Pisten, der nach hinten hin drückt. Ja, das habe ich ja auch. So. Wo der Block hingeht, ne? Wo der Block sich nachher drüber schiebt, da muss eine Fackel hin. Ja, das habe ich auch. So, dann geht links zu einem Redstone. Mhm. Und dann geht einmal Redstone hoch. Und dann, wo das Redstone hochgeht, geht auf dem Block nochmal die Fackel. Und von der aus Fackel geht das Redstone zu den Dispensern. Das geht gleich da hoch. Mhm. Das Redstone ist nachher gepowert. Also, Redstone, Redstone, dann oben auf dem Block Redstone und daneben die Fackel. Ne, über der... Also, Redstone Fackel, wo der Block von dem Dispenser, der nach hinten entschiebt ist, ne? So, wenn du da drauf guckst auf den Dispenser auf dem Block, gehen zweimal nach links Redstone. Ja. Ein Block höher geht Redstone drauf. Dann guckt das Redstone nach vorne hin. Meinte ich ja gerade. Davor setzt du einen Block hin und oben drauf die Fackel. Okay. Eufelic Creeper. Jawoll. Ja, gut. Jawoll. Ach, warte mal. Äh... Mich verhaschen. Ne, wie würde das bei mir nicht funktionieren? Warte, ich gehe, ich versuche zu schlafen. Ich habe nämlich nur ein Herz. Ich kann schlafen. So. Jetzt sind wir auch, dass ich überlebe. Ähm... Ich guck mal gerade. Da ist nur noch ein Baby-Zombie. Verprüfe ich mal eben. So. Ähm... Also wie ich vor der Farbe stehe. Erdblock. Mhm. Untere Reihe. Dann links und rechts die Dispenser. Aua! Wie das Problem ist, bei mir macht der immer den Pist nach unten, wo der Erdblock da ist. Äh, hast du Wasser schon hinten eingetan? Ja, habe ich schon. Irgendwas passt bei dir nicht. Ähm... Das Redstone über den... Äh... Dispensern. Ja. Das musst du ja nach unten führen. Das untere musst du ja auf den, äh... Repeater noch packen. Ja, das habe ich ja. So, der Repeater ist auf eins gestellt. Der zeigt auf dem Block, wo eine Facke links daneben ist. Ja, das habe ich ja auch. Äh, der powert bei mir einen Block an. Warte mal, das müsste ja sogar der Block sein. Warte mal, ich gucke mal hinten. Genau, das müsste jetzt der Block sein. Schau mal eben. Ja genau, der powert den... äh, den... Pisten hoch. Der das, äh, grad Stück hoch... pumpt. Das hast du, ne? Mhm. So. Der... Pisten... Der muss ja über dem Wasserblock sein. Der guckt ja nach hinten. Raus. Mhm. So. Das hast du, sagst du. Ja. Da, unter dem Block, muss die Fackel hin. Habe ich. So. Und weil der Block ja dann ausgefahren ist... Gehen zweimal nach links... ...Wetstone hoch einmal... ...und oben nochmal die Fackel. Und von der Fackel geht alles auf den Dispenser. Aber bei mir fährt er den nicht aus. Der fährt sich auch erst aus, wenn du, äh, Wasser reingemacht hast. Ja. Mhm. Mach mal Wasser hinten in die Kuhle rein. Habe ich ja. Fährt ihn aber nicht aus. Verarsch mich nicht. Verarsch dich nicht. Ich hab das schon mal gemacht gehabt. Verarsch mich doch gerade. Nein. Zum Screenshot schicken, oder was? Nein. Na, guck dir das mal rein. Ups. Biss ich, du Creeper. Schlafen gehen. Du wirst nicht bei Nacht machen. Dann weiß ich's nicht. Man muss irgendeinen Fehler haben. Ja, aber wo? Also irgendwann muss... Der hintere muss sich ausfahren. Der hintere fährt sich auch nur aus, wenn das wirklich das Wasser da drin ist. Mhm. Das ist das ja auch, das Wasser.